herzlich willkommen zu einem neuen spiel auf meinem kanal wir spielen heute brawlhalla mit dabei ist der fabian hallo ja aus meinem kanal kennt man das ja schon auch wenn das schon echt ein bisschen her ist mittlerweile dass ich das letzte mal gespielt habe vier fünf jahre oder auf dem kanal die fünf jahre oder so auf dem kanal oder ich weiß es gar nicht auswendig ist schon ein bisschen her aber ich habe das ist genau ich würde sagen wir haben es ja in der zwischenzeit privat ein bisschen gespielt also zwischendurch aber auch entspannt paar runden wobei und manchmal auch kompetitiv er aber da war anstrengend genau weil es auch friendly feier gibt jetzt machen wir erstmal so ein freundschaftsspiel gibt es kein friendly feier das ist verhältnismäßig entspannt ich habe den ersten haben wir gleich den der glatze ja was kann man sagen brawlhalla ist ein gar nicht sidescore das ist das falsche wort aber es ist ein bisschen brawler sowieso passt manchmal roll aber halt für pc hat man glaube ich auch das falsche wort gewesen ja plattform verwende man ja eher so super mario oder sowas wobei wobei super mario eigentlich auch nicht das ist ja ein jump and run weil die kriegen recht ordentlich auf einmal gestorben sind ja genau ja sorry man kann aber auch jumps und deutsches machen hatte man hat verschiedene waffen man kann diese waffen hast du den gesehen richtiger bodycheck ja man hat insgesamt drei leben die kann man sehr lang hinaus zögern bis man die verliert also bei farb ist das jetzt schon dunkelrot das heißt wenn er nochmal gepumpt wird dann ist er gleich weg ja das ist gleich aber dann sind die schläge auf jeden fall stärker aber sieht nicht danach aus als würde das passieren und nicht ja das war mega was macht er denn das gibt es noch nicht weil es nur noch mal spannend machen gibt es dazu genau ja das war da war ein schönes die ganz genau nachdem wir seit wie viel monat nicht mehr gespielt haben zwar hätte ich jetzt so spontan gesagt oder drei ja ist länger hier auf jeden fall ist schon ein bisschen her aber muss auch dazu sagen kreiner seit die eigentlich mein main character also spiele ich fast immer das ist dann natürlich immer noch drin da verlernen dass die fahrrad fahren deswegen steht jetzt am mirage weil es der zweite character die ich habe damals ja gar keine neuen gekauft weil ich hatte ja queen iron für die super aber ja da wollte ich irgendwann auch mal ein bisschen mehr variation haben können deswegen hatte ich mir die dann mal gekauft ja da hängen wir direkt auf eine runde dran würde ich sagen das ging jetzt ja relativ flott ja würde ich auch sagen dann nehme ich heraus und dann können wir noch mal bei der runde machen genau weiter geht in vorbereitungen vor einem mensch sieht man immer vier verschiedene gegner die auch sich gerade in einer lobby befinden um halt nicht zu spoilern was die gegner genau welche tatsächlich waren und ähnliches jetzt bin ich aber gespannt da halte ich ja nie was von wenn beide gegner denselben nehmen weil hast du eine taktik gegen ein hast du eine taktik gegen beide meistens deswegen also ich finde damit schießt man eigentlich meistens eher ein eigentor aber muss ja jeder selber wissen ich bin mal echt gespannt wie das jetzt wird oder man hat konzern ist gespielt ja aber echt der eine ist schon runter gefangen ja der andere geht auch noch ein mit ganz natürlich auch sehr sehr gut aufteilen dass einer eben nach links geht der andere nach rechts so schön aber meistens wird es dann doch nur ein wildes und hergespringer ja ja in dem rank hat sind wir da schon ein bisschen taktik vorgegangen weil da muss man halt recht aufpassen dass man sich nicht in die quere kommt einfach als friendly feier gibt ja bin ich wahrscheinlich das hat aber clever gemacht nein so die war verbrauche ich ja nämlich konnte ich auch gar nicht mehr zurückspringen ja hat er mich jetzt auch naja wir waren ja auch schon sehr rot waren jetzt unsere ersten tode daher das sack und den rausgenommen nein 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 der macht halt echt fünf mal hintereinander dieselbe attacke das ist ein mega langweilig macht und sagt das habe ich richtig gebrochen ja auch das war meist gemacht wenn man den halt einfach gut ausweicht dann ja da sind die nicht so flexibel haben die nicht so viel entgegenzusetzen ja das stimmt ja mega war noch zwei schöne runden definitiv hat spaß gemacht dann würde ich sagen wenn euch das video gefallen hat und hier mehr von brawlhalla sehen wollt dann gebt dem video gerne doch ein like schaut auch bei fabian vorbei und wir sehen uns im nächsten video bis dann